Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 8. September 2020. Ich spreche fast schon live die Geek Talk Daily 883 ein und habe heute die folgenden Themen für euch. LG Rückzieher, TeamViewer, Poco X3, VR-Betriebsrat und Microsoft Defender. Ich beginne mit LG, dessen Thema ich eigentlich gestern hätte fast reingenommen, es dann aber sein habe gelassen. Ja, war gut, denn anscheinend macht LG einen Rückkehr und oder das Support-Team auf Twitter, Social Media war schlecht instruiert. Denn da ging nämlich raus, dass die 2018er Fernseher doch kein Update bekommen sollen auf Apple HomeKit und AirPlay 2. Das ist jetzt, wie gesagt, zurückgerudert oder eben Falschwahrheit vorher nicht der Fall. LG hat verkündet, dass sowohl die aktuellen Geräte, aber auch die älteren als im Jahre 2018 ein Update bekommen werden bis Ende Jahr auf dieses Apple HomeKit und Apple TV. Also AirPlay 2, besser gesagt. Somit kann man das Ganze als Smart Home-Schnittstelle nutzen und eben auch für das direkte Streamen von Inhalten von eurem iPhone direkt auf das Fernsehgerät. Schön, schön. Immerhin kein neuer Fernseher kaufen. Dann hat Microsoft und TeamViewer bekannt gegeben, dass sie jetzt miteinander kooperieren werden und zwar in Form von Teams. In Teams werdet ihr zukünftig TeamViewer direkt integriert haben, sodass ihr Daten austauschen könnt, was da alles noch möglich ist. Und vor allem logischerweise von dem, wo die meisten wahrscheinlich Teams her kennen, die Möglichkeit des Remote Desktop. Das Ganze da zu integrieren macht nach meiner Augen wirklich Sinn. Man muss nicht selber was zusammenklöppeln wie auf Skype-Basis damals noch. Warum sollte man da nicht eine starke Größe auf dem Markt nutzen und somit dann vielleicht auch noch zusätzliche Kunden bekommen, die in dem Bereich das Ganze nutzen. Dann gibt es Neuigkeiten oder besser gesagt gab es gestern Nachmittag Neuigkeiten von Xiaomi. Die haben nämlich ihr neustes Smartphone von ihrer Untermarke, dem Poco, vorgestellt. Den Poco X3 ist ein extrem günstiges Telefon mit extrem heftigen Daten. Ihr habt einen hochauflösenden Full-HD-Screen vorne auf dem Display, was sozusagen fast randlos ist. Habt ihr eine minimale Punchhole, die eine 20 Megapixel Frontkamera auflöst. Das heisst eine sehr, sehr gute Frontkamera für Selfies und andere Geschichten im Vordergrund. Dann ist der LCD, welch ich vorher schon gesagt habe, fast randlose, mit einem 120 Hertz Display verbaut. Und ja, was haben wir da noch alles mit drin? Der aktuellste 4G-SoC, also Qualcomm-Chip ist mit dabei. Wir hatten vor kurzem vom 732G, auch hier in der Geek Talk Daily. Also das heisst, richtig Power ist da drin. Es ist viel an Arbeitsspeicher und internen Speicherplatz verbaut. Ihr habt einen guten Akku, ihr habt Micro-SD-Karten-Slot und das alles für sagenhafte 199 Währungseinheiten oder die grössere Version 250 Währungseinheiten. Nicht schlecht, Xiaomi. Ich bin mal gespannt, wie sich das schlägt in den ganzen Tests dieser Welt. Dann gibt es Neuigkeiten vom VE-Betriebsrat. Der hat nämlich zum Angriffsmodus geblasen. Laut WinFuture soll das dem so sein. Ja, da gibt es zwei Dinge. Zum einen ist Mr. Tesla aktuell in Deutschland und rührt die Trommel für sein Werk in Berlin, was nächstens schon fertig stehen sollte und ab Mitte des nächsten Jahres die ersten Autos ausliefern will. VW meint nämlich, sie werden binnen weniger Jahre nämlich an deren Zahl drei Tesla überholt haben. Das mag ich mal ein bisschen dezempft bezweifeln. Auch wenn ich glaube, dass die deutschen Autokonzerne da einiges im Hinterköcher haben und auch sicherlich nicht untätig waren in den letzten Jahren mit der Forschung. Aber ich bin mal gespannt, ob sie das schaffen werden und oder ob es einfach nur grosse Töne waren. Und vor allem, da ja die nächste Runde ansteht, das Automobilkonzern möchte natürlich wieder vom deutschen Staat ein bisschen Unterstützungsgeld haben, weil denen geht es ja so nicht gut. Weiter geht es mit dem Microsoft Defender. Der war in den letzten Wochen mehrfach in den E-News und deshalb wurden wir auch ganz häufig angeschrieben von unseren Hörern. Nein, es soll anscheinend nicht so sein, dass es ein Loch, eine Lücke, eine Sicherheitslücke im Microsoft Defender gegeben hat, denn diese hat sich aufgrund Sommerloch und so weiter ein bisschen ausgebreitet. Anscheinend sei es nicht gefährlicher als mit einem normalen Browser auf irgendwelchen komischen Seiten rumsurfen und da eine Software runterzuholen, die man nicht hätte auf dem Gerät haben wollen. Ja, dürfen wir mal Daumen drücken, dass es wirklich so ist. Ansonsten, ja, denkt daran, macht eure Backups, macht eure Backups und macht sie nochmals und testet sie. Das war es mit den Neuigkeiten von mir zum heutigen Tag. Wenn ihr mögt, morgen gern wieder am Mittwoch. Jetzt aber gehe ich erst mal ins Bett. Euer Pukipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.